Hallo und herzlich Willkommen zurück zum nächsten Let's Join our Stream! Diesmal wieder bei Zinglingkario bei seinem typischen Samstag Stream. So, weiche Modus jetzt. Herrschaft und bei uns sind auch los. Neues anpassen. Herrschaft, ich nehm den Schuss jetzt Verlängerung. Hehe, du sollst wirklich meinen Namen angrennen. So. Mal schauen wir es wird. Ich hoffe das Shitsupport das beste ist. Ich hoffe es. Dieser Art von Projekt, das ist immer unregelmäßig. So. Okay, hab verstanden. Ne. So, los geht's. Bei dieser Schlacht. Komm schon, los geht's. Ich will jetzt betten. Spätten. Spätten. Oh je, jetzt geht's los. Boah. Habe ich etwa ein Tinferno-Team? Ja, ich hab ein Tinferno-Team. Das ist schon, das ist schon krass. Ich halte jetzt meine Backups. Ist eins zu viel? Aber... Besser ist nur wenig. So, bisschen Shippen aufladen. Mal schauen wie es wird. Keine Sorge. Ich hab diesmal gedacht, das war ein Dingimster. Ähm. So. Komm schon, los geht's. Komm schon. Herrschaft, komm schon Herrschaft. Der drückt auf jeden Fall. Jawohl. Und da ist ein Sniper. Geh weg. Schreib den mal. So, jetzt überrascht ihn mal von den Enten. Surprise. Jetzt mal von den Enten überraschen. Kommt. Jawohl, bin ich noch Herrschaft. Wow. Ah. Dieser Roller. Achtung, der ist jetzt abraten. Der ist keine Titel. Boah. Komm schon, los geht's. Nein, ich bin am Herrschaft. Komm schon. Alter, wie es abgeht bei diesem Raum. Jetzt geht doch mal voll ab. Action geladen. Komm schon, wie ich ihn explodiere. Komm schon, ich hab Chat aktiviert. Komm schon, jetzt können wir mal in die Mitte gehen. So, Sniper ist weg. Komm schon. Wow, dieser Roller. Dieser Roller. Dieser Roller eben. Der war krass. Boah. Boah. Das ist so knapp. Komm schon. Ich muss mein Schutzschutz ein bisschen auflaufen wie mein Team. Ich bin der einzigste, der Schutzschutz hat. Allein nach dem Tepernus. Ich muss wenigstens mein Schutzschutz vollkriegen. Ein bisschen in der Mitte bleiben. Nope. Komm schon. Kneipe abhauen. Komm wieder Herrschaft. Boah. Komm schon. Achtung. No, no. Okay. Nein. Ich muss den Stepper. Ne, nix nehmen. Okay, der ist weg. Oder? Okay, ja, zumindest. Geh weg. Nein. Komm schon. Boah. Komm schon. Ja, alle erledigt. Alles sind erledigt. Jawohl. Alle erledigt. Boah. Meine Güte. War das anstrengend. Ich würde mal ein bisschen... Ähm. Wo kann ich meine... Wo kann ich bitte schön meine... Mist. Ich werde so offensichtlich. Komm schon. Das schaffen wir schon. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Eins. Gewonnen. Boah. Knapp. Das war ganz schön knapp. Boah. Was ne Runde. Boah. Was ein Pass. Was ein Kampf. Mit zwei C+. Wow. Ja, das ist... Komm schon. Was gab es das Turmkommando? Bebeleche. 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 Danke, Skatepack. Okay, ich weiß schon die Taktik. Ich weiß schon meine Taktik. So. Das heißt, Sprungbouje mache ich auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall Sprungbouje. Mit Disperser. Das ist schon mal klar. Da kann ich mal neu anpassen. Hast du dich entschieden? So. Komm schon. Schnell so. Und dann noch den Disperser. Disperser, wo bist du? Meine schöne Waffe für den Turmkommando. So. Zulinkario. Mal schauen, wie seine Mannschaft sich schlägt gegen mich. Ich mit Maske, Jan und Nono. Komm schon. Nicht noch. Aber weiter. Eintritt für den Reich eigentlich schon. Bombenhagel. Mit Lexbomben. Ja. Das wird mir sehen, wie es wird. Eieiei. So. Ich hoffe, dass es gut wird. Komm schon. Los geht's. Nächste Runde. Tja. Dieser Stream-Shit ist auch so unterhaltsam, dass ich mal parallel höre. Dabei. So. Okay. Ich bin jetzt dran. Jawoll. Ich hutsche zumindest. Ich hutsche jetzt auch was Gutes. Komm schon. Ich muss auf jeden Fall dann den Sprungbouje und Taktik machen. So. Komm schon. Einfach. So. So. Lieber so. Lieber alle Ränder hier. Komm schon. Jawoll. Schön da die Wand entfärben. Jawoll. Wie führen? Da muss ich auf jeden Fall Dente machen. Ja. Ich hab keine Kannerbein. Yes. Hier. Heubouje. Jawoll. Zweierweg. LOL. Drei-Fach-Geh mit Heubouje. Hahaha. Das ist hier mal LOL. Mist. Ich glaube, ich schieße mich nicht geschafft. Eieiei. Das war jetzt Fehler. Das war Fehler. Aber das war geil. Habe ich wohl einen Dreifach-Kill. Danke für die Koppelbett. Für die Koppelbett. Achso. Uah. Mist. Die linken Kappel hat mich dabei. Ne, ne. Benefes. Ach Mist. Meine Schwungbouje ist da weg. Wieso? Du bist so ecklicher. Vergesst zu stellen. Weil ich mal stimme. Komm schon. Nein. Das gibt's doch nicht. Die führen. Komm schon zu mir. Ich sag schon, wo wir auf den Turm müssen reichen. Um diesmal diesen Weg schaffen. Ey. Ich kann nicht mehr springen. Ich kann nicht mehr springen. So richtig. So komm schon in Führung. Jawoll. Jetzt ist eine Heubouje. Geht weg. Mist. Boah. Verdammt. Komm schon. Jetzt. Jawoll. Ich bin noch gesprungen. Ich bin noch gesprungen. Jawoll. Komm schon. Mitnehmen. Wen kann ich mitnehmen? Dich kann ich mitnehmen. So. Wow. Komm schon. Beruhig dich. Der Obster. Na. Ja. Komm schon. Auf den Turm. Auf den Turm. Genau. Genau auf den Turm springen. Jawoll. Mist. Verdammt. Egal. Sprungbohin zurück. Ich muss halt diesen Sprungbohin durch den Safe-Turm machen. Komm schon. Erstmal Sprungbohin einen Safe-Turm machen. Und zwar hier. Oh. Wow. Da waren ja zwei Leute. Komm schon. Den Turm erobern. Nächstes. Nächstes kann ich mehr da drauf. Oh. Der war ja noch. Oh mein Gott. Liesst du bald wieder einfärben? Wow. Achso. Der ist schon weg. Gut so. Weiter geht's. Oh mein Gott. Silinkario. Nein. Schwungbohin. Lass eine Schwungbohin. Komm schon. Schwungbohin. Ich hab eine Schwungbohin gestellt. Komm schon. Jawoll. Zwei mitgenommen. Zwei mitgenommen. Komm schon. Komm schon. Zwei mitgenommen. Zwei mitgenommen. Zwei mitgenommen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich hab Fehler gemacht. Baaah. Wer ist so blöder DC von jemandem noch. Verdammt. Wieso? Wieso muss er eine DC hat? Wieso muss er eine DC hat? Schade. Das war ein bisschen Pesch. Tja. Kann man nichts machen. Wieso? 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 Aufhören. Wieso? Wieso? Gibt es so blöder DC? Okay. Puh. Nächste Runde. Das ist einfach ein Schuss. Oh. Die Runde? Aber diesmal nehme ich mal eine andere Waffe. Was hat denn noch eine Schwungbohin? Was hat denn mal die Mesuse-Roller, oder? Oder was hat denn noch eine Schwungbohin? Das ist auch eine Schwungbohin. Jawohl, du Adler, das nehme ich dann. Das ist mir der Fehler, ne? Los geht's. Eieieiei. Hoffentlich diesmal kein DC. Eigentlich schade. So. Ja, ich glaub. So. So, komm schon. Ich muss jetzt. Komm schon. Was mach ich jetzt? Hier eine Schwungbohin, auf jeden Fall. Ja, ich stell hier eine Schwungbohin. Als kleines Backup, falls er nicht hier kommt. Was er tut. Du gehst mal weg. Nein, keine Dente, Mann. Ich bin so ein Drottel. Komm schon. Hier, wir haben... Oh, ja komm, wir haben schon wieder DC. Schöne Maske. Maske hat wieder DC. Maske hat DC mal wieder. Komm schon. Ja, komm. Das kann doch nicht sein, dass wir immer DC kriegen. Komm schon, schnell auf den Turm. Komm auf den... Ne, warten. Jetzt hoch. Mein Gott. Kann doch nicht sein, dass wir wieder nur zu dritten sind. Das ist doch bescheuert. Aber ich glaube, ob sie auch DC haben. Mir sieht jetzt nicht so aus. Hier hin. Jawoll. Jawoll. So, jetzt Schwungbohin hier hin. Glaub ich schon, dann können wir den Turm ein bisschen schneller. So. Da ist einer. Mist. Komm schon. Geh auf den Turm. Mist. Komm schon, hast du ihn erledigt? Hast du es? Hast du es? Hast du es? Jawoll. Nein. Komm schon, geh auf den Turm. Meine Güte. So viel DCs hier, oder wie? Jetzt mal hier eine Heuble direkt machen. LOL. Die haben auch DC, ich hätte mir das auch gerade auf. Ach komm, wir haben zu viel DCs hier. Also bitte. Ach du schall, bis hier nur 2 gegen 3 fällt mir das jetzt auf, so richtig. Wow. Alter, bis hier nur 2 gegen 3 fällt mir das gerade auf, by the way. Alter. 2 gegen 3. Was ist das für ein Tower? Was ist das für ein Chaos? Was ist das für ein Chaos? Bitteschön. Ist das so viel DCs? Das habe ich ja noch nie gesehen. Bei Privatkampf. 3 Leute mit DC. Yo. Das ist schon krass, so viel DCs. So, dann hört ihr auf, dann sage ich euch. Dann, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Part von Let's Join the Stream. Auf irgendjemanden. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Bis bald, ihr Squiddos. Euer Semi-Nein-Unterstich-Gamer. Tschüss. Tschüss.